Guten Tag, verehrte Zuschauer, das ist InsideCoin, ich bin Felix Rick und hier geht es um Videospiele. Jede Menge davon haben wir in diese wunderbare Sendung gepackt, die euch hoffentlich gefallen wird. Ich kann euch aber jetzt schon mal sagen, welche Themen wir haben. Ich fange gleich an, das Filetstück der Woche ist Lonely Mountains Downhill, ein wunderbares kleines Spiel, das ihr nicht verpassen solltet. Dann haben wir ein First Look zu Need for Speed Heat, findet die Serie zu alter Qualität zurück. Außerdem eine Zock-Session mit Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Tokyo 2020, ein wirklich nicht sehr spärriger Titel. Dann gibt es noch ein bisschen Retro mit Telespiel und der Capcom Home Arcade, die hatten wir erst letztens. Jetzt zocken wir nur die Shootimups drauf, weil ich Shootimups liebe und dann gibt es noch ein bisschen Virtual Reality und zwar mit Asgard's Wrath. Ein Spiel, das gerade megamäßig absahnt bei Metacritic. Hat einen Schnitt von 89 und wird so als das erste richtig große Virtual Reality Spiel gehadult und ich muss sagen, zu Recht. Das ist echt mega, mega krass. Doch bevor wir zu diesen wunderbaren Themen kommen, beziehungsweise bevor wir tief einsteigen in das, was ich euch gerade so ein bisschen erzählt habe, möchte ich euch noch ein bisschen erzählen, was diese Woche so passiert ist. Ich schaue mir mal die Nachrichten an und diskutiere ein bisschen über die Sachen, die ich als wichtig erachte. Am Wochenende war ja die BlizzCon. Das ist natürlich ein Thema, das konnten wir in der letzten Folge nicht behandeln, weil die dann erst angefangen hat. Und natürlich gab es hier Neuankündigungen, WoW kriegt Shadowlands, das zum einen. Dann Overwatch 2 wird kommen und das ist dann ja im Endeffekt eher so Overwatch 1,5, weil die Besitzer von Overwatch 1 können auch die Karten und die Heroes von Overwatch 2 spielen. Sie können dann glaube ich nicht die Koop- und die Story-Missionen spielen, die mit Overwatch 2 kommen. Und wer Overwatch 2 hat, der kriegt auch Overwatch 1 irgendwie, so ein kleines Heckmeck. Aber natürlich die große Ankündigung, von der jeder wusste, dass sie kommt, beziehungsweise dass es schon in der Mache ist. Diablo 4 und da wurde endlich was gezeigt. Es gab einen CGI-Trailer, es gab Gameplay zu sehen, also wirklich jede Menge Sachen wurden da rausgefeuert. Ich begrüße es sehr, dass das Spiel einen düsteren, echteren Look hat, dass man diesen Comic-Look so ein bisschen verlässt. Wann das Ganze kommt? Nun, es wurde ja auch angekündigt für Playstation 4 und Xbox One. Aber einer der Entwickler sagte auch, dass das, was man da gesehen hat und spielen konnte, bis jetzt alles ist, was sie von Diablo 4 haben. Also ganz ehrlich, ich würde da nicht damit rechnen, dass es 2020 kommt, eher 2021, 2022 oder 2023. Bei Diablo 3 war es ja auch so, da kam die Ankündigung Jahre, ich glaube, oder wurde das erste Mal was gezeigt und dann erst drei Jahre später kam das Spiel. Also ich würde dabei mal nicht damit rechnen, dass das nächstes Jahr kommt, auch wenn sie es offiziell angekündigt haben für die aktuellen Konsolen. Aber was ja viel interessanter ist, weil dadurch, dass Blizzard so abgeliefert hat, wurde natürlich überhaupt nicht mehr über die Hongkong-Proteste gesprochen. Und da merkt man auch wieder, und das habe ich dann auch in einer Twitter-Diskussion mit dem Simon von den Rocket Beans zu Wort gebracht, dass der Gamer ein einfaches Tier ist, der halt, sobald das neue Spielzeug vorgestellt wird, jeglichen Shitstorm vergisst. Und das meine ich ja gar nicht mal despektierlich. Ich zähle mich ja selber dazu. Ich bin da selber so. Musst mich dann auch über den Kommentar aufregen, den ich bekomme. Aber wichtig ist nur, dass ihr euch weiter allen anderen überlegen fühlt. Darum geht es nicht. Wie gesagt, ich bin auch ein Gamer und ich bin auch nicht frei von Fehlern und ich bestelle mir Sachen auch manchmal vor, wenn ich Bock drauf habe. Und es ist aber dennoch so, man muss sich immer wieder mal ins Gedächtnis rufen oder einfach selbst daran erinnern, dass Spiele eventuell unter fragwürdigen Bedingungen entstehen und das eben nicht so cool ist und man vielleicht deswegen eben nicht alles vorbestellen sollte. Weil der einzige Weg, wie Firmen das merken, ist vote with your wallet. Wenn man halt mit dem Geldbeutel abstimmt und wenn alles so weiterläuft, dann wird sich daran auch nichts ändern. Und wie gesagt, ich bin ja bei dieser ganzen Free-Hongkong-Sache auch der Meinung, Blizzard hat rechtens gehandelt. Nicht mit der Strafe, die ist zu groß ausgefallen, aber dass eben ein politisches Statement bestraft wurde. Weil wenn man diese Tür aufmacht, dann muss man auch jegliche Rechte parolen, die dann einer bei einem E-Sports-Event ein Profi loslassen will, auch zulassen. Und das ist meines Erachtens etwas, das viele Leute vergessen. Man kann nicht nur sagen, wir nehmen nur die politischen Statements, die uns passen, die sind okay und alle anderen nicht. Nein, dann muss man, wie gesagt, allen die Möglichkeit geben, das zu machen. Und deswegen hat Blizzard meines Erachtens richtig gehandelt. Der Shitstorm war meines Erachtens zu sehr aufgebläht, aber dass er dann natürlich sofort wieder vergessen wurde. Ihr seht schon, ein komplexes Thema. Deswegen weiter zu unseren nächsten Nachrichten. Ich drehe mich jetzt in die Hauptkamera, denn wir brauchen gleich die Handkamera. Der gute Vincent, der muss gleich hierher kommen, denn ich möchte etwas feiern. Es hat jemand seinen 40. Geburtstag oder eher gesagt sein 40. Jubiläum. Es bin nicht echt, auch wenn ich dieses Jahr 40 geworden bin. Es geht um das Spiel Asteroids aus dem Jahre 1979. Da ist das rausgekommen, war einer der ersten großen Spielhallen-Hits aus dem Hause Atari. 70.000 Arcade-Automaten wurden verkauft. Später kam das Spiel dann für den Atari VCS raus und da wurde das Spiel um die drei Millionen mal verkauft. Und wie gesagt, das ist so damals in den frühen 80ern gewesen. Da waren drei Millionen natürlich ein riesen Welthit. Jetzt fragt ihr euch, was ist denn Asteroids für eine Art von Spiel? Nun, Asteroids ist quasi, man hat dieses kleine Schiff. Das ist auf dem Bildschirm, das kann man in jede Richtung bewegen. Und dann sind lauter Asteroiden unterwegs, die man abballern muss. Und wenn man sie abballert, werden sie zu kleineren Asteroiden. Aber ich zeige euch das besser mal, denn ich habe eine Variation dieses Spielprinzips hier auf meinem Vectrex, das ich vor Jahren mal auf einem Flohmarkt gekauft habe, das der Kepler runtergeworfen hat und deswegen das Gehäuse jetzt im Arsch ist. Aber hier habe ich dieses Spiel und das Vectrex heißt deshalb Vectrex, weil es Vektorgrafik hat. Und hier heißt Asteroids Mindstorm. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ne, einen Spieler machen wir. Hier geht's los. Da startet jetzt alles. Ich habe mein Raumschiff gleich in der Mitte. Kann mich bewegen und ballern. Und muss jetzt versuchen, diese ganzen Asteroiden abzuballern. Und darf natürlich nicht von diesen getroffen werden. Kann über den Bildschirmrand hinausfliegen. Hier ist es jetzt so bei dem Spiel, dass sie nicht zu kleineren Asteroiden werden, wie man das vom Original kennt. Oh, der wird gefährlich. Ja, und damit hat man damals in der Spielhalle seine Zeit verbracht. Level geschafft. Schon habe ich das Spiel gemeistert. Genau. Das ist auf jeden Fall eine Variation von Asteroids, die dann jeder versucht, da zu kopieren. Das Ganze wird jetzt dann natürlich schwieriger. Und es kommen dann, glaube ich, noch weitere Gegner hinzu. Und es werden mehr Gegner und sie werden schneller. Und ja, da sieht man es hier. Und jetzt bin ich draufgegangen. Gut. Das so als kleine Geschichtsstunde. In diesem Sinne, alles Gute zum Geburtstag, zum 40. Liebes Asteroids. Und dann habe ich diese Woche noch ein paar Tipps für euch an Spielen, die es nicht in diese Sendung geschafft haben, aber die doch rausgekommen sind. Ein Spiel zum Beispiel, das hatten wir bereits in der letzten Sendung, Death Stranding. Und da bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Das ist ja jetzt heute rausgekommen an diesem Freitag. Ich bin persönlich kein großer Fan von Hideo Kojima. Ich finde aber trotzdem seine Trailer immer unglaublich spannend. Und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel, weil es ja doch irgendwie polarisiert. Das hat zwar, glaube ich, bei Metakritik einen Schnitt von 84. Aber selbst viele Reviews, die das Spiel loben, sagen, dass es spielerisch ziemlich mau ist. Und dann gibt es andere Reviews, die sagen, es ist einfach grundsätzlich mau, weil es spielerisch mau ist. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie mir das Spiel gefallen wird. Ich werde es mir auf jeden Fall besorgen und bin gespannt, ob es wirklich ein Geniestreich ist oder die Selbstüberschätzung eines Mannes, der sich selbst überschätzt. Ja, das werde ich dann sehen. Außerdem rausgekommen ist Red Dead Redemption 2 für den PC. Läuft noch nicht ganz unproblematisch. Bei manchen Leuten stürzt das Spiel ab. Man braucht ja auf jeden Fall den Rockstar Game Launcher, um das zu spielen. Selbst wenn ihr es über den Epic Game Store startet. Das ist rausgekommen. Gibt mittlerweile, glaube ich, den einen oder anderen Patch, der manche Fehler beheben soll. Aber da habe ich überhaupt keinen Bock, das zu zocken. Ich fand es schon auf Konsole langweilig. Tut mir leid, war mit einer der größten Enttäuschungen für mich in den letzten Jahren. Und dann noch rausgekommen für die Strategen unter euch. Planet Zoo. Ja, von den Planet Coaster-Machern. Eine Aufbausimulation, wo man eben einen Zoo aufbauen und managen muss. Der Kuro testet das gerade. Ich weiß ja nicht, ob der Test jetzt schon online ist. Müsst ihr einfach mal gucken auf gameswelt.de. Dann wisst ihr mehr. So, liebe Leute. Jetzt legen wir aber los mit unserer Sendung nach diesem ganzen Geplabber von mir. Habe ich mir wieder ein Schnitzel ans Ohr gekaut hier. Wir legen gleich los mit dem Filet-Stück der Woche. Ja, und jetzt könnte man meinen hier so, oh ja, hier kam ja viel Großes raus. Need for Speed Heat zum Beispiel. Oder Das Stranding. Aber das hatten wir schon in der letzten Woche. Red Dead Redemption 2. Nein, aber diese Woche ist es ein kleines Spiel. Und das wurde sogar in Deutschland, in Berlin entwickelt. Von zwei Menschen alleine. Aber das ist dennoch so, so gut, dass es mein Filet-Stück der Woche geworden ist. Ist das geil. So, mal ein bisschen Turbo hier. 2019 nähert sich dem Ende und die Publisher feuern zur Zeit aus vollen AAA-Rohren. Wieder einmal muss man sich entscheiden, wem man sein teuer verdientes Geld überlässt, in der Hoffnung, ein Stück Software zu bekommen, das einen vor den Bildschirm fesselt. Ich habe nun einen Tipp für euch, den ihr eventuell nicht auf dem Schirm hattet und sich bei mir innerhalb weniger Stunden in meine Top Ten des Jahres 2019 eingereiht hat. Lonely Mountains Downhill. Oder wie man den Titel eigentlich nennen sollte, Abkürzung, das Spiel. Lonely Mountains Downhill ist im Endeffekt eine 3D-Variation von Trials. Statt auf einer Ebene zu fahren, spielt hier die Tiefe im Raum auch eine Rolle. Euer Ziel ist es, mit eurem Bike einen Berg herunterzubrettern. Jede der 16 Strecken hat mehrere Checkpoints. An den Checkpoints kann man dann starten, wenn man mal das Zeitliche segnet. Hört sich ja relativ simpel an. Und das bleibt es in der Regel auch, wenn man denn dem vorgegebenen Pfad folgt. Sobald man aber eine Strecke das erste Mal geschafft hat, kommen Herausforderungen hinzu, wie dass man nur eine bestimmte Anzahl an Stürzen haben darf. Oder eben, dass man die Abfahrt innerhalb eines Zeitlimits absolvieren muss. Und genau hier stößt man extrem schnell an seine Grenzen, wenn man der quasi-offiziellen Route folgt. Bei Lonely Mountains Downhill geht es im Endeffekt darum, Abkürzungen zu finden. Und glaubt mir, davon gibt es enorm viele. Manche sind kleiner und offensichtlich, andere sind versteckter, kürzen aber weitaus größere Stücke ab. Hier wird aber oft weitaus mehr Skill verlangt, um diese Abschnitte zu schaffen. Waghalsige Sprünge, Navigieren und Ausweichen mit einem Affenzahn. Schnell kommt man ins Schwitzen bei den Entscheidungen, die man innerhalb weniger Augenblicke treffen muss. Aber genau das macht einfach verdammt viel Spaß. Ja, nein, hätte ich die Abkürzung genommen! Nein! Das Gute an den Checkpoints ist, dass ihr dort dann auch wieder mit der Zeit startet, die ihr gebraucht habt, um dorthin zu kommen. Auch wenn ihr in Abschnitt 2 der Strecke 50 Mal stürzt, fangt ihr bei dem Checkpoint immer wieder mit der Zeit an, mit der ihr das erste Mal durchgefahren seid bei diesem Run. So kann man in Ruhe neue Wege suchen und ausprobieren, da die Zeit eben nicht unwiderruflich addiert wird. Sehr mutig, waghalsig. Lonely Mountains schafft es, einen unglaublichen Sog zu entwickeln. Immer und immer wieder probiert man eine Strecke, möchte die Herausforderungen schaffen und weitere Abkürzungen entdecken. Denn genau das macht nämlich auch unglaublich viel Spaß. Das liegt auch daran, dass die Steuerung recht leicht zu erlernen ist. Rechter Trigger zum Gas geben, linker Trigger zum Bremsen, Analogstick zum Lenken und noch ein Knopf, um zu sprinten. Das Spielgefühl ist einfach richtig gut. Wenn man einen Fehler macht, ist es auch nachvollziehbar, warum dieser passiert ist. Und vom Checkpoint neu zu starten, geht ratzfatz ohne Ladezeiten. Ey, krieg's nicht hin! 5 Meter links, 5 Meter rechts, Eisbaum! Scheiße, ich kann's mir auch nicht merken, wie's da lang geht! Der größte Motivationsfaktor sind aber die Abkürzungen und der Kampf gegen den inneren Schweinerhund. Endlich eine große Abkürzung zu meistern, an der man die letzten 10 bis 15 Minuten saß, kann regelrechte Jubelstürme auslösen. Hinzu kommt, dass das Spiel einen immer wieder mit aberwitzigen Situationen konfrontiert, bei denen man sich am Ende fragt, wie man da jetzt durchkam, ohne auf die Schnauze geflogen zu sein. Das ist einfach herrlich. Lonely Mountains Downhill ist ein verdammtes Juwel. Ein Spiel, das einen an den Rand des Wahnsinns trägt, wenn man zum hundertsten Male versucht, einen Streckenabschnitt zu meistern. Gleichzeitig überschüttet es einen mit Dopamin, wenn dann alles genau so läuft, wie man sich das vorstellt. Oder man einfach Glück hat und sich durch einen gefährlichen Abschnitt auf Anhieb durchwurschtelt. Dabei sieht das Ganze mit seinem reduzierten Polygon-Look unglaublich gut aus und fängt trotz der abstrakten Optik sehr gut ein, wie es ist, mit dem Mountainbike den Berg runterzubrettern. Mir gefällt vor allem auch die Soundkulisse, die sich zurücknimmt und den Spieler nicht mit irgendwelchen Rocksongs maltretiert. Das trägt zum Bergfeeling bei. Wenn ich einen Manko nennen müsste, dann, dass es nicht immer leicht ist zu erkennen, auf welcher Ebene sich der Fahrer in der Welt befindet. So gehen manchmal Sprünge an Klippen vorbei, wo man dachte, dass man eigentlich auf sicherem Terrain landet. Nichtsdestotrotz ist Lonely Mountains Downhill ein fantastisches, kurzweiliges Spiel, bei dem ich hoffe, dass die Entwickler schleunigst noch mehr Strecken und Berge nachliefern. Ich bin so froh, dass ich nicht der Einzige bin, der so spielt. Direkt hier. Auch schön den Lenker in die Nüsse. Liebe Entwickler, wenn ihr diesen Beitrag gesehen habt, ich muss euch nur sagen, wenn es nach mir ginge, würde ich euch unter Gewaltandrohung dazu verdonnern, nur noch Level und Berge für dieses Spiel zu machen. Es gibt ja insgesamt vier Berge, insgesamt sind es 16 Strecken. Und natürlich hat man da schon einiges mit zu tun, aber ich würde mir einfach gern mehr wünschen. Ich liebe dieses Spiel, ich finde es echt richtig, richtig gut. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Gibt es für Xbox One, Playstation 4, ich glaube sogar eine Switch-Version soll kommen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Falls ihr eine Xbox habt, ist es auch im Game Pass drin. Also es gibt keine Ausrede, das Spiel dann nicht zu zocken. Ich finde es wahnsinnig gut. Und ja, bravo, 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 liebe Entwickler, habt ihr super gemacht. Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr noch mehr Strecken macht. Bitte, bitte, bitte. So, kommen wir jetzt aber zu Need for Speed Heat. Eine Serie, die in den letzten Jahren ordentlich durchgebeutelt wurde. Und eigentlich ist das Spiel ja schon draußen. Und ich habe es aber nicht durchgespielt. Deswegen gibt es jetzt keinen Test dazu, sondern einen First Look zu Need for Speed Heat. Bei dem ich aber dennoch sagen kann, dass es meines Erachtens das beste Need for Speed der letzten Jahre ist. Aber das hatte in Anbetracht der Qualität der Vorgänger auch nicht wirklich viel zu sagen. Die Need for Speed Serie dümpelt schon seit Jahren im unteren Mittelmaß herum. Blickt man zurück, war vor allem Need for Speed Hot Pursuit aus dem Jahre 2010 der letzte Titel der Serie, der so richtig überzeugen konnte. Ableger wie The Run, Payback oder das unglaublich fremdschämige Reboot aus dem Jahr 2015 mit dem simplen Titel Need for Speed waren weit entfernt von der Rennklasse lang vergangener Tage. Nun steht Need for Speed Heat ins Haus. Selten habe ich erlebt, dass die Fortsetzung einer großen Serie so wenig beworben wird wie hier. Glaubt EA eventuell selbst nicht mehr an den Erfolg dieser einstigen Zugmarke? Dass das Testembargo zum Spiel auch erst am Releasetag fällt, ist in der Regel auch kein gutes Zeichen. Dabei könnte Heat tatsächlich das beste Need for Speed seit Jahren sein. Egal welches Need for Speed, die Story ist meistens uninteressant und die Charaktere eher peinlich wandelnde Klischees. Need for Speed Heat hat auch wieder eine Geschichte, inszeniert diese aber mit etwas weniger Fremdschämfaktor. Cops gegen Renncruise und illegale Straßenrennen, das ist der zentrale Konflikt des Spiels. Allerdings gilt das nur für die Nacht. Tagsüber nehmt ihr an ganz legalen Rennen und Herausforderungen teil. Um diese Dualität dreht sich alles bei Need for Speed Heat. Im Endeffekt funktioniert das so, dass ihr in eurer Garage festlegen könnt, ob es Tag oder Nacht ist, wenn ihr auf die Straße zurückkehrt. Jede Zeit hat dann unterschiedliche Herausforderungen für euch. Tagsüber verdient ihr in den legalen Rennen hauptsächlich Geld. Das braucht ihr, um neue Teile für euer Auto zu kaufen. Nachts allerdings verdient ihr Rufpunkte. Und die wiederum benötigt ihr für den Levelaufstieg. Über euren Rang schaltet ihr nämlich neue und bessere Autoteile frei. Da es sich bei den Nachtrennen aber um illegale Rennen handelt, kann euch jederzeit die Polizei dazwischen funken. Entweder wenn ihr ganz normal die Stadt frei erkundet oder eben direkt in einem Rennen seid. Dann solltet ihr die Cops abhängen, was nicht immer so leicht ist. Oder ihr Auto crashen, indem ihr sie von der Bahn drängt. Aber Vorsicht, umso mehr ihr bei Nacht unterwegs seid und umso mehr Rennen ihr fahrt, umso aggressiver werden die Polizisten. Bei Heat Level 1 kann man die Cops noch recht schnell loswerden. Bei Level 3 sieht das dann ganz anders aus. Erwischen sie euch, verliert ihr Rufpunkte und Geld. Aus dieser Zweiteilung ergibt sich eine echt schöne Dynamik. Natürlich verspricht die Nacht eben durch die Cops weitaus mehr Nervenkitzel. Ein Renn-Event zu fahren steigert automatisch das Heat Level. Und irgendwann findet ein Abwägen statt. Gier gegen Vernunft. Versuche ich noch ein weiteres Rennen, wo ich dann eventuell von zu vielen Cops gejagt werde, aber im Level aufsteigen kann? Oder mache ich mich lieber auf den Weg in die Garage, um meine Schäfchen ins Trockene zu bringen? Tagsüber kann man sich dann etwas freier austoben und den Stress loswerden, den die Nachtjagden ausgelöst haben. Neben diversen Renevents, an denen ihr teilnehmen könnt, findet ihr auch jede Menge andere Aktivitäten, wie man sie von Open-World-Rennspielen kennt. Driftzonen, Blitzer oder auch Schilder, die man kaputt machen kann, um Geld und Ruf zu bekommen. Auf der Map ist wirklich einiges versteckt. Optisch sieht das Spiel auch recht schick aus und das Rumcruisen macht durchaus Spaß. Dass Florida als Inspiration galt, sieht man recht deutlich. Allerdings übertreibt es das Spiel mit bedecktem Himmel und Regen. Wir reden hier vom Sunshine State. Sonne, blauen Himmel und kräftige Naturfarben sieht man aber recht selten. Zu große Unterschiede in Botanik- und Klimazonen sollte man auch nicht erwarten. Stören tun vielmehr manche technische Mankos. Manche Texturen brauchen ewig, bis die hochaufgelöste Version reingeladen wurde. Mal passiert es auch, dass ein Cop direkt vor mir spawnte. Oder dass die GPS-Navigation und damit die Streckenführung mitten im Rennen einfach nicht mehr da war. Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Autos und das Tuning. Im Vergleich zu einem Forza Horizon bekommt ihr hier nicht im Sekundentakt neue Autos für den eigenen Fuhrpark. So macht es oft mehr Sinn, sein Auto zu verbessern, anstatt ein neues zu kaufen. In meinen Augen hat man hier aber nicht die richtige Balance getroffen. Das Spiel macht es einem nicht gerade schmackhaft, den Fuhrpark zu erweitern, da Tuning meist sinnvoller ist. Vor allem auch, da man keine Autos in Rennen gewinnen kann. Im Endeffekt nimmt sich Need for Speed Heat ein Gearscore-ähnliches System zu Herz. Eine Punktzahl zeigt euch an, wie gut euer Flitzer ist. Durch Verbesserungen und Tuning in verschiedenen Leistungsbereichen könnt ihr diese Zahlen nach oben drücken und festlegen, ob die Karre besser im Driften, beim Offroaden oder auf der Straße ist. Das hat Vor- aber auch Nachteile. Der Gummiband-Effekt, den man sonst von der Serie kennt, ist hier kaum vorhanden. Nehmt ihr mit einem Auto mit einem Wert von 200 an einem Rennen mit einem empfohlenen Gearscore-Wert von 160 oder 180 Teil, werdet ihr dieses locker gewinnen. In einem anderen Aspekt aber merkt man, dass das System auch Fehler hat. Die Autos unterscheiden sich beim Fahrgefühl weitaus weniger als bei anderen Rennspielen. Im Endeffekt ist jede Karosse nur eine Hülle und der wahre Wert und das Fahrgefühl wird durch die Gearscore-Zahl bestimmt. Auch ein dicker Ami-Schlitten kann hier zum Kurven-Spezialist werden. Später könnt ihr noch weitere Hilfs-Items freischalten, wie zum Beispiel, dass euch Kops schlechter orten können. Die andere Sache, die hier sehr anders ist im Vergleich zu älteren Need for Speed-Spielen, das Geschwindigkeitsgefühl wurde deutlich runtergefahren. Gerade am Anfang mit den ersten ungetunten Autos fühlt sich das Spiel fast schon zu langsam an. Ich bin kein Fan des übertriebenen Geschwindigkeitsgefühls der Vorgänger, aber hier kommt es mir so vor, als hätte man den Regler etwas zu weit nach unten gedreht. Need for Speed Heat wirkt im Vergleich zu seinen Vorgängern wie ein Titel, der weitaus kleinere Brötchen backt. Das Spiel wird weniger beworben, die Bombast-Proll-Inszenierung wurde etwas zurückgefahren und statt viel Bling-Bling drumherum hat man sich darauf besonnen, etwas mehr zu den Wurzeln zurückzukehren. Eventuell ist das natürlich auch eine Frage des Budgets. Einen aufwändigen Echtzeit-Tag- und Nachtwechsel umgeht man natürlich ganz gut mit dem Feature, dass man sich aussuchen kann, zu welcher festen Tageszeit man fährt. Auch wenn legale Rennen bei Tage und Kopfverfolgungsjagden bei Nacht auch durch Echtzeitwechsel kein Problem gewesen wären. Die beiden größten Mankos sind für mich, dass es zu wenig Unterschied bei den Autos gibt und dass das Geschwindigkeitsgefühl gerade am Anfang einen Ticken besser sein könnte. Hoffentlich werden auch noch die technischen Unebenheiten ausgebügelt. Das Resultat sorgt aber dafür, dass ich nach ca. 8 Stunden durchaus immer noch Spaß am Spiel habe. Ich verbringe auch einfach gerne Zeit in der Welt, um irgendwelche Collectibles zu sammeln. Gerade auch die Verfolgungsjagden mit den Cops entwickeln einen echt krassen Nervenkitzel. Einige Missionen sind wirklich abwechslungsreich inszeniert und machen einfach Spaß, da das generelle Fahrgefühl wirklich gut ist. Und das habe ich schon wirklich lange nicht mehr bei einem Need for Speed gesagt. Wie gesagt, warum nochmal First Look statt Test, weil ich das Spiel nicht komplett durchgezockt habe. Mein Kollege Tim Lenzen hat es komplett durchgezockt, mit dem habe ich aber nochmal Rücksprache gehalten und wir haben nochmal viel drüber gequatscht und so. Und er sagte so, ja, es bleibt so auf dem Level und es ist ein gutes Spiel, aber es ist halt auch nicht die richtige Bombe. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wenn wir dem Ganzen eine Wertung geben müssten, wäre das so im 70er-Bereich. Und das ist meines Erachtens, ja, es ist ein Schritt nach vorne im Vergleich zu den Need for Speeds davor, weil die fand ich wirklich durch die Bank grauenhaft. Die konnte ich nicht länger als eine Stunde spielen. So beschissen fand ich die. Deswegen, wie gesagt, ist es das beste Need for Speed der letzten Zeit, aber es ist halt trotzdem kein absolut grandioses Spiel. Es gibt schon noch einiges, was man daran bemängeln kann. Kann man einiges an Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen bemängeln? Tja, das ist immer so eine Sache, weil einerseits kauft man sich so ein Spiel und denkt so, ja, alleine kann man so ein bisschen Spaß haben, aber man merkt relativ schnell, alleine macht das nicht so viel Spaß. Deswegen habe ich mir den Matze geschnappt und wir haben eine ordentlich dicke Zock-Session zu Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen 2020 oder Tokio 2020 gemacht. Aber auch da merkt man, selbst im Multiplayer-Modus ist es manchmal schwierig. Liebe Zuschauer, es wird sportlich und deswegen habe ich den Sportsmaster Matze bei mir. Matze, wir zocken jetzt gleich Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020. Ey, refresh my memory nochmal. Es ist doch schon seit Ewigkeiten her, dass es das letzte Mario und Sonic Olympische Spiel gab, oder? Ich glaube, das letzte war Rio 2016. Okay, ja, also ist schon ein Weilchen zurück. Ist ja auch, also alle vier Jahre die Sommer-Olympiade, wenn man so will. Wir fangen an bei unglaublich vielen Disziplinen, die wir hier haben. Hast du denn alle schon gespielt? Nicht alle, aber die meisten. Also sind halt wie immer die Klassiker dabei, 100 Meter Lauf, Hürdenlauf und es gibt auch ein paar neue, unter anderem Sportklettern, Fußball, Surfen und ich glaube Siebener Rugby. Okay, wir müssen Tischtennis spielen oder Badminton. Du hast die freie Wahl. Was hast du denn von den beiden schon gespielt? Tischtennis. Dann spielen wir Badminton. Können wir dann gemeinsam in einem Team spielen? Ja. Wir lassen uns das mal machen. Ich finde Koop immer cool. Bewege dich von der Gegend. Okay. Ja, ja. Okay, alles mit A. Also nach dem Schema verläuft auch eigentlich jedes Minispiel. Drücke eine Taste, solange bist du die super Schlag-Taste drin kann. Wie nehme ich? Ich nehme, ich nehme. Wir haben auch ihre eigenen Vorzüge hier. Schnelle Bewegung. Ja, ich nehme Schnelle Bewegung. Ich nehme Yoshi. Könnte das durchaus vielleicht ein Mario-Tennis-Ersatz sein oder so? Also man merkt schon das. Gleich, nein. Nope. Wow. Ist die Frage, müssen wir abwechselnd spielen? Ich habe keine Ahnung. Das ist immer der, 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 oh, du, der blaue, ich, ich, du, ja, du, ich, ich, du. Das war beschämend. Noch mal eins zu doppeln? Ja, einzeln jetzt. Noch mal verliere ich nicht mit dir. Der Dicke gegen den Schlanken. Ich bin ja der Affe. Ich glaube, ich habe das Spiel vorhin gecarried. Ich sage ja, Affenpower Deluxe. Das ist eine knappe Kiste. Knappe Kiste. Affenzambo hier. Das Gute siegt immer. Schade, dass es diesmal nicht geklappt hat. Ja, 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 ja. Hast du Kanu schon gemacht? Ja. Wo warst du da? Das sieht nämlich auch interessant aus. Das ist eher so ein Timing-Spiel. Ah, ja, 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 ich kann es mir schon vorstellen. Wie geht die Steuerung? Ja, das haben wir jetzt nicht gesehen, weil du A gedrückt hast. Ja, natürlich. Okay. Ich sage mal, es hat was mit A drücken zu tun. Nee, ich glaube, es war Sticks drehen. Sticks drehen? Oder nach, nee, nach Aufladen, genau für den Start. Und dann nach unten, glaube ich, einfach. Ja, linken Stick nach unten müssen wir gleichzeitig. Und, ey, und, ey. Ey. Ja, so weitermachen. Wir holen die noch. Okay, kann auch sein, dass wir sie nicht mehr holen. Gut, haben wir das auch gesehen? Die Kette ist nur so stark wie ihr schlechtes Glied. Ich finde mich nett, wie du über mein Genital redest, ne? Ja, das ist ganz cool. Also da merkt man wirklich, da gibt es tatsächlich ein bisschen mehr Koordination, die man machen muss. Ja. Finde ich eine der etwas schöneren, anspruchsvolleren Disziplinen. Das finde ich ganz geil. Ist natürlich ein bisschen ruhiger auch. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, man drückt sich wirklich dem Gegenüber einen rein, weil man halt irgendwie so konzentriert drauf ist. Was hat es denn mit den grünen Sachen auf sich? Äh, das sind im Grunde so fantasievollere Versionen von Sportarten. Kontrollern neigen. Okay, ja. Das ist schon wieder so eine Sache, wo ich mir denke, so, hm, ja. Mit was schießt man? Äh, A? Ja. Oh Gott. Ach so, ich bin links. Äh. Ja, A ist schießen. Fühlt sich echt olympisch an. Oh ne, das finde ich, fühlt sich überhaupt nicht gut an. Aber da bin ich überhaupt kein Fan von. So richtig spaßig finde ich das jetzt nicht. Nee. Also das fand ich jetzt tatsächlich eher eine ziemlich lame Disziplin. Das fand ich jetzt so ein bisschen langweilig. Lass uns noch was anderes schauen, denn, äh, wir haben ja gerade gesagt, über den Story-Modus ganz kurz gesprochen, das sagt, da geht's, äh, nach Tokio im Jahre 1964, weil da auch schon mal die olympischen Spiele stattgefunden haben. Und das, äh, wird witzigerweise auch ins Spiel über transportiert, denn es gibt auch extra Disziplinen, die man hier im, äh, 1964er-Modus spielen kann. Und zwar dann schönen Oldschool-Retro-Grafik, so wie ich das sehe. Und man hat hier eben Oldschool-Charaktere. Finde ich sehr gut. Man hat hier den Bowser aus dem allerersten Super Mario Brothers. Das finde ich sehr, sehr schön. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Äh, ich glaube, man musste erst mal ganz schnell A drücken. Das steht aber immer da, was man machen muss. Und dann kommt irgendwann der Absprungpunkt. Ja, und dann? Ja, verkackt. Ich glaube, wir lesen noch mal kurz die Anleitung. Okay, also ist so ein bisschen Reaktionsspiel. Ja. Sportschießen? Ja, Sportschießen kommt, das hat so ein bisschen Duck-Hand-Flair. Du bist dran. Oh, die Mucke macht mich wahnsinnig. Und es bleibt spannend. Es bleibt nicht spannend. Okay, lass uns, lass uns rausgehen. Lass uns noch eine Disziplin anschauen. Das überlasse ich dir, mein Freund. Der Marathon war ganz witzig. Ja, so richtig spannend ist es jetzt auch nicht, ne? Ja. Ja, ähm, fand ich jetzt, ja, weniger spannend. Ich mag dann doch eher die Disziplinen, wo es so ein bisschen direkter und schneller gegeneinander geht. Jetzt haben wir so ein paar Disziplinen gesehen. Du hast dich natürlich mit mehr befasst. Was ist denn dein Urteil so? Das Highlight ist tatsächlich der Retro-Modus, einfach wegen der Optik. Echt? Okay. Aber spielerisch finde ich das ganze Spiel da sehr, sehr dünn. Jetzt muss ich natürlich sagen, du hast sehr viel ja auch im Singleplayer gespielt. Ich meine, das ist ja schon so ein Spiel, das auf Multiplayer ausgelegt ist. Kannst du es denn wenigstens den Leuten, die sagen, so, hey, lass uns einfach eine Vierrunde zocken ans Herz legen? Denen eher ja, weil das ist die einzige Möglichkeit, dass das Spiel dir irgendwie so eine gewisse Konkurrenzsituation herstellt. Weil alleine entsteht das überhaupt nicht. Ja. Aber wie gesagt, man weiß es ja im Endeffekt. Mario & Sonic ist ja auch nicht nur Mario bei den Olympischen Spielen, sondern eben Mario & Sonic. Deutet ja schon an, ne? Mehrspieler-Modus steht hier im Vordergrund. Und man sollte nicht zu viel erwarten. Ihr habt es ja gesehen. Es gibt Events, die machen durchaus Spaß. Es gibt andere, die sind dann so ein bisschen fad. Tja, man muss halt das finden, was man gut findet. Oder ein paar Sachen, die halt einfach herausstechen, dann öfter spielen. Aber ob die dann wirklich Langzeitspaß machen. Tja, das wird sich zeigen. Wir sind da eher so gemischter Gefühle. Ich kann nur sagen, bravo, 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 lieber Vincent. Wunderbar geschnitten, dieser Beitrag. Finde ich sehr, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Wirklich amüsant und hat auch bildtechnisch sehr gut auf den Punkt gebracht, was wir manchmal so gefühlt haben. Und wie spaßig das Ganze war. Ja, es gibt halt Disziplinen, die sind besser als andere. Und es ist ein reines Multiplayerspiel. Man darf einfach nicht zu viel erwarten. Es ist gut, um sich kurzweilig mal mit ein paar Freunden zu kebbeln und Spaß zu haben. Aber, ja, langfristig. Aber erwartet das auch wirklich irgendjemand? Na, im Endeffekt ja auch nicht wirklich. Jetzt wird es wieder ein bisschen retro. Zwar nicht mit dem Vectrex, aber mit der Rubrik Telespiel. Und zwar stelle ich euch jetzt etwas vor, was ich erst vor kurzem hatte. Aber das haben wir nochmal bekommen. Und ich möchte es euch unbedingt nochmal zeigen. Und zwar die Capcom Home Arcade. Dieses Mal aber mit einem Clou. Weil der Sascha und ich so riesengroße Shoot'em-Ups Fans sind. Haben wir uns gedacht, wir zeigen euch die vier Shoot'em-Ups, vier, 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 vier Shoot'em-Ups, die auf diesem Gerät drauf sind. Erst vor ein paar Wochen, da hatte ich die Capcom Home Arcade bei mir in der Sendung zusammen mit dem DK. Wir haben es vorgestellt. Ich bin ein riesengroßer Fellball. Allerdings war das eine noch nicht fertige Version, bei der wir noch nicht alle Spiele zeigen durften. Genau. Und deswegen habe ich heute meinen Retro-Freund Sascha mit hierher geholt. Denn Sascha zockt auch unglaublich gerne pixelige Spiele. Ja. Und 16 davon sind ja bereits installiert auf der Capcom Home Arcade, die wir hier schon aufgebaut haben. Sascha, Sascha, wir haben ja schon so ein bisschen hier abseits der Sendung drüber gesprochen. Ich konnte beim letzten Mal nicht alle Spiele zeigen. Was ich zum Beispiel nicht so zeigen konnte, war ein Shoot'em-Ups. Ja, da bist du bei mir an der richtigen Adresse. Das habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich dich auch hier dabei, weil ich bin ein riesen Freund von Shoot'em-Ups, ein Genre, das ja heutzutage nicht mehr so stattfindet. Leider. Lass uns doch mal kurz einfach komplett durch die Spiele scrollen, damit man so sieht, was drauf ist. 1944 The Loop Master, ein vertikal scrollendes Shoot'em-Up aus dem Jahr 2000. Alien vs. Predator. Absolutes Seinestück, oder? Richtig nice. Dann Armored Warriors, ebenfalls ein Sidescrolling Beat'em-Up. Captain Commando. Klassiker. Auch Sidescrolling Beat'em-Up, davon gibt es jede Menge. Den Capcom Sports Club, das sind, glaube ich, verschiedene Sportspiele, die man zocken kann. Cyberbots, Full Metal Madness, da weiß ich jetzt gar nicht genau, was das ist. Ich glaube, das ist auch irgendwas mit Beat'em-Up. Ob es jetzt Sidescrolling ist, weiß ich nicht. Darkstalkers, The Night Warriors, ebenfalls ordentlich auf den 12. Das ist eine Serie, die ich sehr, sehr liebe. Ja, warum? Oh ja, ich fand das Design der Figuren einfach geil. Und ja, das war eine coole Alternative, eine dunkle, düstere Alternative zu Street Fighter, die sich auch super gespielt hat. Ja. Also schade, dass da nichts mehr gekommen ist. Also ein Fighting-Spiel, dann Eco Fighters, ebenfalls ein Shoot'em-Up, das wir uns anschauen werden. Der Klassiker Final Fight, für viele der Prototyp für Sidescrolling Beat'em-Ups. Ja. Ghouls N' Ghosts, ein wunderschönes Spiel, mit dem man auch zum Beispiel mit Super Ghouls N' Ghosts eine super Umsetzung für Super Nintendo hatte, die echt gut war, aber super scheißschwer. Giga Wing, wieder was zum Fliegen und Schießen. Mega Man, The Power Battle, auch ein Fighting-Spiel. Dann haben wir hier noch Pro Gear, ebenfalls ein Shoot'em-Up, wenn ich mich nicht täusche. Yes. Street Fighter 2 Hyper Fighting. Strider, war auf den Mega Drive, sehr schön umgesetzt, kann man hier spielen. Und dann noch Puzzle Fighter, oder Super Puzzle Fighter 2 Turbo, also auch so ein bisschen was für die Tetris-Fraktion, wenn man so will. Richtig, mit Kloppen. Wir wollen uns das Ganze jetzt aber mal anschauen und spielen 1944 The Loop Master und legen los, freue ich mich drauf. Habe ich nämlich Megaböcke drauf. Okay. Sind wir schon drin? Wir sind drin. Wir sind schon los. Ja. 15 Stages gibt's im Spiel. Du hast gleich mal die Super-Boomer abgefeuert. Das haben wir beide gemacht. Ich wacke mich jetzt gerade. Jetzt. So. So, ich nehme die rechte Seite. Okay. Genau, das ist die klassische Aufteilung, wie man sie kennt von Spielen dieser Art. Jeder kümmert sich um seine Hälfte. Oh, ich bin schon mal getroffen worden. Da sieht man schon, mein Raumschiff ist am Blinken. Oh, da werde ich von einem einzelnen Streifschuss, der von deiner Seite kam, getroffen. Von meiner Seite. Du musst dich schon so ein bisschen hier um... Oh, 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 oh. Jetzt muss ich bei dir noch mitmachen hier. Oh, die... Ja, die sind schon ein bisschen... Die sind schon ein bisschen tougher. Die können mehr einstecken. Ich finde die Grafik ja wunderschön. Das ist richtig schöne, wunderbare, geile 16-Bit-Optik. Don't get too excited. Nein, aber geil, wie man ein Typ, nachdem er getroffen wurde... Die springen dann raus, ne? Ja, rausspringen. Ja, das ist echt cool. Ich mache gleich nochmal mein Special, weil das finde ich einfach zu cool. Ja. Auch schön, wie die Schäden dargestellt werden, man hier... Wow. Oh mein Gott, ey, das Ding... Schnell retten mit dem... Das ist super... Oh ja, jetzt hat sie mich. Ja, weiter geht's. Oh, die dicke, die dicke Baller! Der dicke Baller, Mann! Ja, halten wir drauf. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege... Ah, jetzt kriege ich endlich mal neue Waffen dazu. Jetzt habe ich hier diese zwei kleinen Unterstützungsflugzeuge bekommen. Ja... Ich bin ja auch tatsächlich ein Fan. Magst du horizontal oder vertikal scrollen? Persönlich mag ich, weil ich ein Bulletail-Fan bin. Mag ich eigentlich vertikal scrollende Sachen lieber. Ich finde sie eigentlich auch coole, weil man davon eigentlich zu Hause auch nie so viel hatte. Ja. So, wenn man hier die beiden Knöpfe oben drückt, genau, kann man eben sagen, Resort Game oder Quit Too Many. Wir gehen zurück ins Menü. Und schauen dann gleich mal, was wir als nächstes spielen. Das fühlt sich auch gut an, das Ding. Also es sitzt fest da. Ja, auf jeden Fall. Also die Gummiro unten ist prima. Man kann so ein bisschen über den Formfaktor reden. Da muss das jetzt der Capcom-Schriftzug sein. Aber es stört nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass mein Handy irgendwie schlecht liegen oder dass es einschneidet. Also ich lege sie eh so halb auf, hier so auf dem Tisch, ne? Ego Fighter, ja. Entwickelt von Holy Moly. Von Thunberg. Ja. Thunberg, wie sie hier heißt im Spiel. Thunberg. 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 Let's go! Oh, das Spiel war das. Ach, ja, 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 ja. Wo man quasi mit dem einen Stick, mit dem einen Knopf das Ding drehen konnte und mit dem anderen hast du dann geballert. Eine super strange Sache irgendwie, ne? Ich habe Homing, ich habe Homing, ich habe Horm. Ich habe Homing. Ich gehe fast drauf. Nein, ich lebe noch. Sehr gut, ich habe einen Homing-Shot. Ich liebe Homing-Shots in Spielen wie diesen. Was ist das? Spiele wie diese. Aufladen. Action. Auf die Scheiß. Auf das Ding da unten. Auf das Ding da unten. Oh, 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 shit. Der schießt. Der schießt, ja. Der schießt. Das ist ja wie bei Avatar. Wir sind jetzt bloß, dass wir nicht blaue Donnerschlümpfe sind. Oh, schau mal her, was ich jetzt habe hier. Ich habe den guten alten. Du hast den Leuchtstab. Oh, scheiße. Aber ich habe ihn immer noch. Wo geht's denn jetzt? Wo muss man denn? Was ist das? Ach, das ist ja geil, wenn ich einen Zier drehe. Ah, jetzt hier. Warum hast du so einen dicken und ich so einen dünnen? Hm. Hm. Manche Natur. Ja. Das sind sie einfach. Ey, manche haben es den anderen nicht. Wart mal, lass mich das hier. Ja, ja, schnapp dir das mal. Oh, die wird direkt wieder getroffen. Und der Strahl ist wieder klein. Oh, Felix, streng dich doch mal an. Ja, ich weiß. Oh, 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 oh. Stell dir mal an, was da rauskommt. Ja, da kommt einiges raus. Oh, was für ein krasser Slowdown. Alter Falter. Aber hier macht es natürlich auch wieder Sinn, damit man ausweichen kann, beziehungsweise. Ja, aber wie kommen wir jetzt hier weiter? Müssen wir jetzt so lange aushaben, bis das Ding auch rauskommt? Ich glaube, wir müssen das Teil. Warte mal, ich versuch mich mal da. Das hat ja gut geklappt. Nee, jetzt geht es nicht einfach weiter. Jetzt, okay. Lass uns noch eine Sache jetzt mal machen, denn man kann im Menü auch am Aspect Ratio etwas ändern, also am Aspekt des Bildes. Wir haben jetzt auf Full gespielt und Full ist im Endeffekt meines Erachtens, so wie ich das verstanden habe, einfach der originale Screen, so wie er damals in der Arcade auch war. Wir gehen jetzt mal ab, wir gehen mal hier hoch aufs Rädchen und gehen dann zu, nicht den Credits, sondern Display. Display. Und machen mal Wide. Und das waren auch die großen Einstellungen, man kann das Ganze noch mit Wi-Fi verbinden und kannst du deine Highscores hochladen, es gibt aber kein Online-Play oder so, ne? Giga Ring. Giga Ring ist super. Das machen wir jetzt. So, wer nehme ich denn jetzt? Nämlich das pinke Schiff. Oh, ich nehme den da, Stuck. Der hat ein schönes Auge und ich mag grün. Wobei, pink hat schon ziemlich geil, ich nehme pink. Los geht's! Los geht's! Ah, hier kann man gedrückt halten. Nee, 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 wenn du gedrückt hältst, brauchst du, glaube ich, ein Schiff. Ja, und dann kannst du, ja, wenn es loslässt, das geht in den Zimmer. Das ist jetzt schon im Grafikstil auch so ein bisschen anders. Ja. Hat zwar auch den Pixel-Look, ist aber ein bisschen, ja, ein bisschen gröber. Genau, ein bisschen gröber. Alles auch größer natürlich. Auch bedingt dadurch, dass wir natürlich umgestellt haben. Also, es ist schon eher so, die Arcade, wo sie langsam ja nicht zu Ende geht oder halt die Konkurrenz durch die Handkonsolen schon ziemlich stark war. Ja, aber es ist aber relativ durchmischt, ne, also wenn du Street Fighter 2 nimmst oder, ähm, Final Fight zum Beispiel, da war das ja noch in voller Blüte. Aber es ist schon krass, wie dieses Spiel komplett anders ist, äh, vom Shoot-Em-Up-Faktor als unser erstes Spiel, das ist 1944, wie viel hier Overload an Effekten und Beschüssen ist, ne? Und es ist trotzdem super spielbar, finde ich, also. Das stimmt. Es ist, ach, sagt er eigentlich nicht. Ja. Ach, ja. Geil. Sehr schön. Und eins haben wir noch. Richtig. Eins haben wir noch für euch. Ein Shoot-Em-Up. Wie gesagt, heute ist Shoot-Em-Up-Tag. Heute ist Shoot-Em-Up-Tag, Leute. So, jetzt eine Runde Pro Gear. Ähm, wir suchen unsere Raumschiffe aus, beziehungsweise Flugzeuge, weil Raumschiffe sind's nicht. Welches nimmst du denn? Äh, ich nehm den Gunner. Aber schau mal, wie schön das einfach aussieht, ne? Ist im Detail verliebt, aber auch noch die Leute vorbei, dann winkt noch einer zum Abschied. So, ich bin blau. Yes. Und mein Flugzeug auch. Gleich Special Bombs haben wir auch. Bam. Schnell ein. Oh, oh, oh. Nicht zu. Oben Panzer, Oben Panzer. Ja, unten auch was Dickes. Alter Falter. Oh, ich seh nichts. Ich hab vergessen, so ein Blitz in meine Augen. Oh, hoch, hoch, hoch. Oh, fukidiki. Ich musste jetzt eine Bombe einsetzen, sonst werd ich draufgehen. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Ja. Boah, ich hab mir gut aufgeladenen Power-Schuss gerade. Ah, der Felix, der alte Bomber. Ja. Jetzt bin ich draufgegangen. Ja. Schnapp dir die ganzen Power-Ups los. Ich schnapp sie mir, ich hab sie. Wow. Oh, Dino-Tiff hier von Bödefeld. Bombe. Go. Voll drauf. Wenn ich mal auf einer einsamen Insel lande, dann möchte ich Schuss-Ups mitnehmen. Ich glaub, wir haben genügend gesehen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, die Capcom Home Arcade. 16 Spiele sind drauf. Es gibt einen USB-Anschluss. Also, man kann damit rechnen. Das Ding wird gecrackt werden. Man wird sich da ziemlich bald alle möglichen Spiele draufbauen können. Und dann habt ihr halt ein Arcade-Board zu Hause mit geilen Joysticks, geilen Knöpfen. Sechs Knöpfe für jeden. Zwei Spieler-Action gleich direkt am Start. Also, ich kann mir durchaus vorspielen, dass es dann sowas wie Sunset Riders von Konami draufläuft. Was natürlich auch ziemlich geil wäre. Das Ganze ist nicht billig. 230 Euro kostet es, kostet. Das ist der Knackpunkt, ja. Kommt am 8. November raus und 230 Euro ist halt schon extrem viel, muss man sagen. Definitiv. Also, es sind Top-Bauteile drin, überhaupt keine Frage. Alles Sunwa, merkt man auch sofort, ist ganz toll. Aber kriegt man auch für günstiger. Wenn man ein wenig geschickt ist. Wenn man ein wenig geschickt ist, kriegt man es für lau. Die Sache ist einfach, diese Spiele, die man da so sieht, die hat man in vielen Collections, die man legal erwerben kann, einfach nicht. Die sind nicht auf dem Super Nintendo Classic drauf oder sonst irgendwas. Und in dem Sinne hat es meines Erachtens definitiv Daseinsberechtigung. Das richtet sich einfach an die Leute, die ein bisschen mehr Kohle haben und die wirklich etwas Ausgefalleneres aus dem reinen Arcade-Sektor spielen wollen, wovon man viel eben nicht zu Hause gesehen hat. Und ich finde es echt richtig, richtig geil, muss ich sagen. Würde ich jetzt 230 Euro dafür zahlen, ich kenne mich, bei mir zu Hause wird es wahrscheinlich verstauben, weil ich auch nicht mehr so die Zeit habe, einfach so ein Spiel zu zocken, wie ich gerne hätte. Hätte ich mehr Zeit, würde ich die Kohle wahrscheinlich investieren. Das ist so mein Urteil dazu. Danke fürs Mitspielen, Sascha. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wie gesagt, ist jetzt draußen, 230 Euro müsste ich belassen. Kriegt aber meines Erachtens schon ziemlich viel dafür. Auch wenn es natürlich nicht so günstig ist wie ein SNES Classic. Aber da sind die Spiele halt einfach geil Arcade. Es ist wirklich so, teuer, aber andererseits richtiges Arcade-Feeling zu Hause. Teuer, Arcade-Feeling zu Hause. Muss man abwägen. Ich habe auch mit Sascha nochmal drüber gesprochen. Wenn das Ding 150 Euro kosten würde oder selbst 180 Euro, dann würde ich echt sagen, okay, okay, das lasse ich mir raus. Aber 230 Euro ist halt echt viel. Aber Arcade-Feeling zu Hause ist halt schon auch ganz geil. Kann man so nix sagen. Und gerade Alien vs. Predator, das habe ich euch das letzte Mal vorgestellt, ist halt auch echt einfach ein saugeiles Side-Scrolling-Beatman, muss man sagen. Und dann kann man ja bald mit USB andere Sachen draufhauen noch und dann hast du halt so ein Arcade-Ding zu Hause. Das darf man nicht vergessen, ist schon ganz geil. Kommen wir jetzt zu Virtual Reality und da hatte ich wirklich mal eine Herausforderung. Sonst ist es ja so, dass bei der virtuellen Realität eher Spiele kommen. Die spielt man so zwei, drei, vier Stunden, dann sind sie durch. Maximum, ne? Und das sind auch meistens eher irgendwelche Erfahrungen, Konzepte, die ganz nett sind und die einfach Virtual Reality in den Vordergrund stellen. Aber so ein richtiges Spiel, das fehlt noch irgendwie. Aber da ist jetzt was rausgekommen. Asgard's Wrath, exklusiv für Oculus, wobei man das mit Revive auch auf anderen Headsets spielen kann, ist so um die 30 Stunden lang. Bei Meta-Kritik gerade enorm angesagt, hat einen Schnitt von 89. Ich habe mir das mal angeschaut und habe gemerkt, boah, das ist eigentlich viel zu krass kurz für eine Zock-Session. Destiny waits for no one, not even a God. Answer the call, Asgardian. Eternal glory awaits. Leute, heute gibt es ein super krasses Virtual Reality Schmankerl für euch und zwar Asgard's Wrath. Das Ding hat bei Meta-Kritik einen Wert von 89 und wird sozusagen als das erste richtig große Spiel in VR gehandelt. Ich habe Reviews dazu gesehen und gelesen und das ist wohl so um die 30 Stunden lang und ist ein Action-Rollenspiel mit nordischer Mythologie. Wir werden heute sicherlich nur den Anfang sehen. Ich lege jetzt allerdings einfach mal los. Ich spiele jetzt hier auf so einem Barhocker sitzend. Ich hoffe, das funktioniert, weil ich viel zu tun habe hier in diesem Spiel bzw. heute noch viel machen und ich jetzt nicht stehen will. Choose your Game Difficulty, Wrath, experience and adventure with the most demanding combat and challenge. Legendary, experience and adventure with the most demanding combat, enemy attacks require no parry. Ne, wir machen mal legendary einfach. So den mittleren Schwierigkeitsgrad. Wir machen mal immersive, volle Möhre, weil ich bin ja zum Glück jemand, der kann das alles immer ganz gut wegstecken. Und dann geht das Ganze jetzt los. Ich bin wahnsinnig gespannt, ey. Choose your godly form. Reach out and grab a stone. Den Baum oder den halben Baum? Tja, nehme ich den da. Gut, wahrscheinlich Mann und Frau. Wow. Das sieht beeindruckend aus. Das sieht grafisch wirklich fucking exzellent aus. Also das ist... So etwas Geiles habe ich in VR noch nie gesehen. Definitiv nicht, Leute. Definitiv nicht. Das ist unglaublich schön und cool gemacht. Beeindruckend. Höchst beeindruckend. Enter the portal. Oder... Ja. Ich kann aber immer noch nicht smooth rotaten. Mal schauen, vielleicht geht das nachher im Spiel. Ach, das konnte ich hier schon auf dem Oculus Event spielen, wo ich jetzt gegen diesen Kraken kämpfen muss. In dieser wunderschönen See, das ist echt wirklich sehr, sehr grafisch geil. Wow. Ich kann ihm schon gut eins draufgeben, ne? Aber der blaue Tentakelbart lässt sich nicht so einfach abschütteln. Ah, okay. Ich muss es mit dem Knopf quasi gedrückt halten. Okay, das kriege ich noch hin. Ah, ich schieße direkt so einen Laserbeam ab, ey. What? Einmal Zunge durchschnibbeln. Eigentlich müssen wir ihn ja auch jetzt schon köpfen können. Zack, zack. Kriegt ein paar drauf. Ja, jetzt treibt er das Spielchen nochmal, ne? Jetzt kommt er wieder an. Da denkst du meinem Freund, oh shit. Jetzt kommt er wieder her. Also das sind die verschiedenen Phasen, die man halt so kennt von so einem Boss, ne? Wieder Zunge. Matsch, matsch, matsch. Links und rechts. Hau den Lukas, ey. Oh, da steht einer. Hey, kleiner Mann. You expect me to be impressed? Why, I could have slayed the beast with one hand tied behind my back. I do not run from danger. Cowards go straight to hell. Not I. Ich werde mal nicht so arrogant, mein Freund, ne? Den Foolstone. Ja, wo der Fool, ey. Jetzt haben wir hier. Das ist auch so eingestellt, dass ich mich ganz smooth. Bewege. Jetzt sind wir hier in so einer schönen Festhalle. Aber was ist meine Aufgabe? Ich glaube, ich muss den finden. Meet the Patrons of Agers Hall. So, da haben wir unsere Aufgabenquest, ne? Where everybody knows your name, Agers Hall. Jetzt ein Anspieler auf die Serie. Cheers. Where everybody knows your name. Hey. Das funktioniert hier nicht. Dann nimmt er doch ein blödes Brot. Will ich auch nicht mehr haben. Hier. Okay. Oh, sorry. Sorry. Hey, Mann. Alles easy. Hier, nimm Apfel. Da haben wir die Band mit dem trommelnden Wildschwein. Da haben wir jemanden, mit dem wir quatschen können. Come back when you've got some coins. Oh, da muss ich wieder zurückkommen. Da haben wir noch den Typen hier. Den guten alten Fischmann. Merman. Mut. Geil, der betrunkene Water Spirit. Und dann werden wir noch da oben jemanden haben, ne? Gut, wir haben dafür Häcksilver bekommen. Gesichter sind echt gut gemacht, ne? Talk to Loki. Wo ist denn Loki? Loki. Ja. Hey, das ist hier gar nicht. Wie heißt der? Prost, ne? Prost, Mann. Tom Hiddleston. Wie heißt der? Little God, you have gained glory. You're a Kraken Slayer. Ha 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 ha. And you have earned my favor. With my guidance, you will wield great power and learn to be a true God. I, the great, the powerful Loki, will be teacher. And you, my honored pupil. In return, I require the Hero's Stone you acquired from the Kraken. It is but a small payment for my infinite wisdom. Sehr verdächtig, wenn Loki irgendwelche Steine haben will, ne? Kennt man ja. With that rune, a whole world of possibilities awaits. Now, there is a shield maiden. Her mouth spits flame like a dragon. And she seeks to burn another of Asgard. Go, find her and help her fulfill her destiny. Use the map to go to Midgard. Ja, machen wir das mal. Completion, 0%. Main quests, side quests. Also jede Menge side quests, challenges. Cool. Freue ich mich drauf. God of War. Oh mein Gott. Ich dachte es mir schon die ganze Zeit. Ist das schön. Wow, wow. Kommt jetzt Kratos empor? Oh shit. Ist geil, das ist wie so ein alter Ray Harryhausen Film. Wie Kampf der Titanen, ne? Ich kann jetzt quasi in deren Rolle schlepfen. Jetzt bin ich quasi in der drin. Hey, Shieldy. Oh, sorry. Tut mir leid. Muss ich in mein Inventar gehen und da habe ich die God Rune. Also sieht man, was man hat. Point and Grab. Muss man dann gedrückt halten. Also schon ein bisschen komplexer. Das merkt man gleich. Das ist hier nicht so ein komisches Minispiel, wie man das sonst so kennt. Und jetzt bin ich in meiner Götterform und bin natürlich gigantisch. Sehe das Ganze, ja, als Spielfeld in dem Sinne. Ich habe es jetzt aufgehoben. Hi. Oh shit. Ah, hier. Oh mein Gott. Alter Falter. Ja. What? Habe ich jetzt einen, einen Hai-Menschen erschaffen? Ah, jetzt kann ich die ganze Zeit hin und her wechseln. Und da ist mein, ja? Okay, geil. Fistbump und er ist jetzt mein Kumpel. Okay, jetzt kann ich den upgraden. Ah, hier. Das da. Oh. Das ist ja fantastisch. Also Rätsel soll es auch geben oder wird es geben hier. So, jetzt greift er an. Ich habe nämlich keine Waffen, ne? Mach die mal schön fertig, für mich die komischen Zünder. Geil. Hey, hey, Eagle, du bist super. Sorry, Reddy Mac Redface. Ich habe irgendeinen komischen Vogeltrank bekommen. Schau dich das an, wie ekelhaft das ist. Oh mein Gott. Die ist auch richtig modelliert und so und... Ah. Jetzt endlich. So. Haben wir ein Schwert? Okay. Ach so. Das war natürlich nicht so smart. Du beißt hier an den ran. Ich mache die schon fertig. Oh. Oh. Jetzt. Entschuldigung. Ich hätte gerne mein Schwert wieder. Sehr schön. Nimm das. Und du das. Und du das. Sehr gut. Reichtum. Du bist mein. Ein Ruby-Eye-Tier. Sehr gut, dass man sein Schwert nicht verlieren kann. So, hauen wir mal ab. Haben wir diese erste Tomb geschafft? Wir haben Sachen bekommen. Jetzt muss ich so eine Schildkröte transmutieren. Machen wir das halt, ne? So, Schildi. Wir machen das nochmal. So, und ich habe... Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in der Herbshell. Wie gut ist das denn, ey? Da ist er. Schaut ihn euch an. Attack from the Rouse Fouls. Here is a BV. BV. Shockwave. Talent. Barrier Point at a Fire Trap. Und Halder. Halder. With a Razor Shield to block the flame. Wunderbar. So, du blockierst das jetzt mal. Boah, da wird es sicherlich einige coole Rätsel geben. Das ist cool. Alter, diese Spinnen hier, ne? Kann ich dich... Ja, was hast du jetzt davon? Dummes Spinnenkackviech. Greif das mal an hier. Schildi. Sehr gut. So, ich laufe hier durch. Wir haben das gleiche nochmal. Ah, jetzt kriegen wir wahrscheinlich unser Schild. Boah, sieht das geil aus. Sieht das gut aus. Ah, das geht schon, ne? Scheiße, mein Schild ist fast kaputt. Das hat schon hier gut Schaden. Wow. Oh, die sind Level 2. Oh, der Hoppy sah aber auch schon mal besser aus. Da ist was. Hebelchen. So. Jetzt bräuchte ich doch eigentlich hier den... Warte mal. B. Ah, jetzt kann ich mir hier... Warte mal, Moment. Wir holen Schildi nochmal hierher, dass ich es besser zeigen kann. So, hier ist jetzt mein Schildi. Der hilft mir hier aber bei diesem Rätsel nicht weiter, weil da brauche ich Sharky. Deswegen halte ich jetzt B gedrückt und dann kann ich hier ausruhen. Da sieht man schon, da gibt es eine ganze Menge an Tierhelfern mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die mir dann zur Seite stehen. Was natürlich ziemlich cool ist, weil das verspricht nicht nur Vielfalt im Kampf, sondern eben auch bei den Rätseln finde ich super interessant. Also ich bin gerade echt... Das ist hier kein Bullshit-Spielchen hier, sondern das ist schon richtig groß. Das merkt man schon. Allein am Anfang von diesem Tutorial, was ich jetzt hier spiele, ne? Allein, dass das Tutorial schon länger ist als die meisten anderen VR-Erlebnisse. So, wir haben den Midgard-Key. Jetzt gehen wir mal wieder in unsere Götterform. Den nehme ich und setze ihn da hin. Das ist natürlich super, aber jetzt gehe ich da wieder rein, in die Person, ne? Zack. Und sage ihm jetzt... Achso, ich habe ihn doch... Ah, ist er doch dran. Sieht man ja. Perfekt. Sehr gut. Ey, das finde ich sehr cool. Dieses Feature... Wow. Mit der Form, die man ändern kann. In Zeit, liebe Schönen. Das ist selber der Leiter. Ach, stimmt. Da könnte ich ja vielleicht einen Shortcut machen. Zack. Yay! Shortcut! Zack. Oh Mann, da gibt es echt viel. Es gibt Rezepte. Es gibt hier ein ganzes Crafting-System. Ich kann hier Leather-Gloves machen. Wahnsinn. Das ist richtig krass. Potion, Full Potion, Antidote, Vial. Fine Lumber Care. Das sind so die Zutaten, die ich habe. Battle Carver. Ich kann da auch mein Schwert irgendwie verbessern. Dann sieht man eben, was ich brauche. Ich kann ihn verbessern, aber da muss ich erst Animal, Hide, Fragment. Brauche ich mehr davon. Sharktooth habe ich nur einen von dreien. Auch bei Halda, also bei meiner Schildi. Das ist krass. Also jede Menge Stats, die es gibt. Ich bin echt so ein bisschen geflasht gerade. Ah ja. Shit. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich ihn wieder enraged. Shit. Ich schaffe den nicht. Und jetzt habe ich kein Schild mehr. Jetzt. Hat er seinen Signature-Move gemacht durch die Blitze. Ah, fuck, ey. Boah. Das ist schon heftig. Jetzt ist er noch mal sauer. Fuck. Hau zu. Jetzt habe ich ihm das Ding weggehauen. Also man muss ihn erst sauer machen. Das ist dieser rote Balken. Huh, das ist nicht ohne. Also es gibt diesen roten Balken. Das ist ein Rage-Balken. Wenn der voll ist, macht er seinen Signature-Move. Wenn er den macht und ich parry den, dann kann ich ihm quasi die Rüstung weghauen. Und dann kann ich ihm eins auf die Mütze geben. Boah. Oh, fuck. Scheiße, ich hau hier gegen irgendwas, was hinter mir ist. Okay, Kehle durchgeschnitten. Geht auch in Ordnung. Jetzt muss ich erst hier den Götter-Altar aktivieren. Götter-Rune, zack. Und jetzt kann ich hier wieder... Ich muss vier Torches innerhalb von 20 Sekunden. Äh, wat? Aber was kann ich als Gott machen? Da ist was. Da kann ich hoch, ne? Hier ist der Hai. Da hinten ist eine Kiste. Oh, fuck. Einer mit Rüstung. Level 3. Shit. Okay, wir probieren's. Ja, ich bin enraged. Aber jetzt muss er doch sein Signature... Jetzt! Habe ich ihm das abgehauen. Nein! Scheiße, jetzt ist er nochmal da, ey. Ah, okay. Ja, bei dem Kampf kommen wir jetzt mal zum Ende. Ich muss sagen, ich find's ziemlich, ziemlich krass. Das ist richtig komplex. Und das ist ein richtiges Videospiel jetzt in VR. Wir haben jetzt wirklich nur so einen kleinen Eindruck gesehen. Das ist hauptsächlich Tutorial gewesen. Aber man merkt schon anhand des Tutorials und so, das ist ein ganz anderes Level, was Spielqualität und Spielkomplexität angeht, als man das sonst von Virtual Reality gewohnt ist. Wenn man nicht ohne Grund hat das bei Metacritic 89. Ich bin auch ziemlich angetan. Es gibt Kampf, der ist durchaus fordernd. Es gibt Rätsel. Es gibt viel, was man machen kann, wo man zumindest jetzt schon sieht, dass man viel machen kann. Craften kann man. Es gibt Tierfreunde, Helfer, die man einsetzen kann für Rätsel. Es gibt Dungeons. Es sieht grafisch echt super schick aus. Ich bin so ein bisschen weggeblasen. Wie gesagt, ist so ein ganz kleiner Ersteindruck hier. Für mehr war leider nicht Zeit. Aber ja, wer VR zu Hause hat, der kommt an diesem Spiel nicht vorbei. Ist exklusiv für Oculus. Aber mit dieser Mod Revive könnt ihr das auch hart auf HTC Vive und Valve Index spielen. Wer auf VR steht, kommt um dieses Spiel nicht drumherum. Es ist wirklich ein dicker Brocken. Ich will mir gar kein finales Urteil erlauben. Weil, wie gesagt, ich habe gerade mal eineinhalb Stunden angezockt und bin im Endeffekt noch im Tutorial. Aber man merkt schon, dass das komplexer ist als alles andere, was man in dem Bereich bis jetzt zum Spielen hatte. Finde ich richtig, richtig gut. Und deswegen allein das, was ich gesehen habe, war schon sehr, sehr vielversprechend. Deswegen gibt es von mir zwei vorsichtige Daumen nach oben. Aber wenn man die Wertung sieht, das scheint schon wirklich ordentlich Fleisch auf den Rippen zu haben. Ja, das war es dann von InsideCoin. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr die Sendung über soziale Medien teilt. Freue mich immer sehr, wenn ich das auf Twitter mitbekomme oder Facebook oder sonst wo. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Dann wieder mit InsideCoin mit tollen Themen und natürlich viel Zockerei. Also macht es gut. Tschüss und bis dann.